Hank! Kinder! Hank, wo hast du denn gesteckt? Meine Güte! Geht es dir gut? Ist etwas passiert? Mir geht es gut, Mom. Nichts passiert. Okay. Gut. Was hast du dir da nur wieder in den Dickschädel gesetzt? Und du? Ich habe nicht mal was gesagt. Du hast ihn wieder dazu angestiftet, ist das nicht so? Nein, Mom. Will hat nichts getan. Wir waren nicht mal so lange weg. Es sind Tage vergangen. Die Menschen kehren zurück. Und noch etwas. Die machen was? Wir helfen. Ich stehe. Nun, ich schätze daran, es nichts auszusetzen. Wir kriegen noch mehr zu Besuch. Und sie bringen Geld und Müll mit. Und wir können alles über sie erfahren. Und ich kann Sachen für sie herstellen. Ich. Toni hat mir beigebracht, wie man ein Bett baut. Und, und. Ich habe schon seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. Nun, ich schätze, ich hätte dich eh nicht länger hier festhalten können. Sag das nicht so, Mom. Ich gehe nirgendwo hin. Ich will nur... Es fühlt sich gut an, zur Abwechslung mal etwas da draußen zu tun. Etwas Nützliches. Ich weiß, dass es das tut, Schatz. Schatz. Zumindest fürs Erste. Ihr seid vermutlich alle erschöpft. Ihr solltet euch ausruhen. Ja, wir sollten auch unseren Menschen sehen. Truckerkappe. Nice. In Ordnung, Schatz. Bring nächstes Mal deinen Hut mit, falls es regnet. Jetzt ruhe dich aus. Wer ist das? Anton. Oh, du brauchst für mich nicht aufstehen. Ich sehe auch von hier gut. Was? Sagen wir einfach, du hast bei den richtigen Leuten den richtigen Eindruck hinterlassen, Kumpel. Wird so ein bisschen wie Mafiosi. Das ist nicht wahr. So etwas habe ich nicht getan. Entspann dich. Das ist etwas Gutes. Ist es? Die übergroße Ratte hatte ja gesagt, dass Größe nicht überall proportional ist. Hör zu. Du hast von meinem Unsinn redenden Mitarbeiter einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Was nur selten vorkommt. Solltest du dich danach fühlen, damit weiterzumachen, ist der Weg zur alten Straße freigegeben. Solltest du dich dort unten wiederfinden, komme ich auf der Deponie besuchen. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir ein Angebot machen werde, dass du nicht ablehnen kannst. Eindeutig Mafia. Ich liebe dieses Bild. Oder. Ich weiß nicht. Ich schätze, du könntest es ablehnen. Aber es ist ein ziemlich gutes Angebot. Mach was du willst. Interessiert mich nicht. Neue Routen freigeschaltet. Die A24. Das war seltsam. Okay. Äh. Charakter. Kappe. Aufsetzen. Hehehe. Wie cool. Ah, ich hab sie auch hier an. Das ist sehr gut. Licht aus. Brauchen keine Energie verschwenden. Er bewegt dich südlich von Holzkreuzung zur A24. Alles klar. Mama. Pass auf, dass du nicht mit leerem Magen losgehst. Zu viel Essen macht dich schläfrig. Zu wenig macht dich einfach dumm. Hehehe. Ah, das ist es. Ich esse einfach zu wenig. Jucken des Fell bedeutet nur, dass man mehr Freunde hat, mit denen man Zeit verbringen kann. Ah, ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so funktioniert. Oh, wir sind hier auch falsch. Wir müssen, glaube ich, nach rechts unten weg. Äh, ja, hier geht's lang. Oder A24? Ist hier unten gewesen? Oder hier oben? Ich weiß gar nicht mehr genau. Doch südlich von Holzkreuzung. Nach Schwarzmoos. Achso, ja. Hahaha. Wir laufen zur Autobahn ganz... Ist das klug? Ich weiß es noch nicht. Du könntest ein hübscher Tisch werden. Barbara. Oh, wer ist da? Na sowas. Das ist aber eine Überraschung. Meine Gute. Meine Güte. Du bist aber ein großer Bursche, nicht wahr? Du wirkst nicht sehr angsteinflößend. Äh? Ist schon in Ordnung. Du bist nicht der erste Mistkerl, dem ich hier in der Gegend begegne. Hab keine Angst. Wer bist du? Hinterfragende Bärenlaute. Nun, es ist wirklich schön, dich kennenzulernen, Liebes. Ich bin Barbara. Ich bin schon der Hüter dieses Waldes gewesen. Da konnte ich gerade mal so eine Silberkiefer von einer Bärkiefer unterscheiden. Weißt du, wo wir sind? Ich hab mein gesamtes Leben hier verbracht. Bärenlaute. Oh, natürlich nicht. Du bist nicht aus der Gegend. Das wüsste ich. Nun, wir befinden uns in Holzkreuzung. Einem der größten Holzumschlagplätze diesseits des Tals. Oder zumindest war es das mal. Heutzutage macht kaum noch eine Seele einen Schritt in diesen Ort. Obwohl. In letzter Zeit sind mir weitaus mehr Seelen aufgefallen als sonst. Es ist fast so, als würde etwas die Leute wieder zurücklocken. Und dann kam ich nicht umhin zu sehen, was für eine wunderbare kleine Hütte wir hier haben. Hattest du da deine Hände im Spiel? Ich hab es mit meinen eigenen Tatzen gebaut. Zuversichtliche Bärenlaute. Ich hätte nie geglaubt, dass ich nochmal erleben würde, wie jemand unser kleines Tal besucht, geschweige denn Touristen. Ich muss schon sagen, das wäre eine ganz schöne Leistung für einen allein. Hoffentlich sehe ich bald noch mehr von deinem Handwerk. Siehst du die gute Seele des Waldes? Hm. Interesting, interesting. Genau, hier runter geht es jetzt so A24. Oder? Ja. Schrank ist auf. Kilometer 62. Ich meint hier, das ist alles... Es wirkt alles so, als würde das in Amerika stattfinden, das Spiel. Aber es ist alles trotzdem A24 und Kilometer. Das ist jetzt alles nicht so amerikanisch. Ich glaube, wo kommt denn das Spiel her? Ist das nicht Rumänien oder sowas? Ist das nicht ein rumänisches Spiel? Ich will es doch keinen Quatsch erzählen. Was ist da hier oben noch? Nach Schwarzmus. Uh, jetzt komme ich in eine andere Stelle rein. Kann ich jetzt noch was entdecken? Weil es sehr dunkel. Ich würde mich ja freuen, wenn man später noch... Oh, die Linie. Wenn man später noch... Eine Taschenlampe oder sowas finden würde. Oder so eine Lampe. Oder so einen Lampenhut. Find ich auch gut. Okay, ich glaube, wir gehen mal lieber zurück. Oder was ist hier noch? Oh, hier ist eine Hexenhütte. Beziehungsgruselig. Ein Alligator. Einen Schwanz zu haben, ist besser als keinen zu haben. Aber ein halber Schwanz ist schlechter als beides. Das ist eine gute Lebensphilosophie. Muss man ja sagen. Nochmal Kohle wie hier. Finde die Quelle der Freude an der A24. Naja, gut, das machen wir jetzt mal. War gerade mal ein bisschen interessiert, was es hier zu entdecken gibt. Lass doch mal hinlegen und schlafen. Es ist nicht so dunkel. Hickiriki. Drei Gäste sind in einer Ressource eingetroffen. Ein Gast haben ihren Aufenthalt in einer Ressource abgeschlossen. Okay. Der Rest konnte ich nicht mehr lesen. Uh, ein Hai. Terry Finn. Höre dir, lieben Leute, ihr seid alle zur Jahresfeier eingeladen. Finn? Trete den fröhlichen Feierlichkeiten bei und zelebriere die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Unsere Sonderangebote und exklusiven Rabatte. Bist nicht Finn. Natürlich bin ich das, ich bin Terry Finn. Denn ich wache jeden Tag auf und fühle mich einfach Terry Fine. Du bist auf eine ganz eigene Art nervig. Weißt du jetzt Terry oder Finn? Zwei Vornamen zu haben, ist ein ungeheuerlicher Marketing-Fauxpas, der bei Kunden nur zur Verwirrung führt. Elternberatungsmaterial sollte Informationen zur Markenbildung enthalten. Das sage ich immer. Mein Name wurde praktischerweise von einem Ausschuss voller Marketing-Spezialisten ausgewählt. Basierend auf aktuellen kulturellen Trends und möglichen Wortspielen. Wie von der Natur gewollt. Pornvoyage möchte diesen sehr traurigen und doch lukrativen vergangenen Jahr gedenken. Mit einer festlichen Winterstimmung. In käuflicher Form. Sonderladen. Nun, ich habe eine Schwäche für eine kleine festliche Version von alltäglichen Sachen. Hier kann man sich dann echt so Weihnachtsgedöns kaufen. Aber sehr teuer alles. Nein, wir machen das jetzt nicht mal feierlich. Noch Herbst. Okay. Hier ist ein Supermarkt. Leinerschild. Tonis Werkstatt. Keine Anleitungen verfügbar. Hier ist mal eine Bushaltestelle. Aber die machen wir jetzt, glaube ich, nicht fertig. Was ist hier unten? Sieht erfrischend aus. Hier ist ein... Betruthan. Ipswich. Ich kaufe nicht, ich verkaufe nur. So macht man das große Geld. Das stimmt wohl. Ich kann das noch nicht öffnen. Eine Tankstelle. Ah, da brauche ich hier Stahlplatten, Kupferplatten. Okay. Tankstelle an der Autobahn hat auch Sinn. Was gibt es hier? Ah, hier geht es nochmal. Alles nehmen. Wo ist denn jetzt hier die Maus? Wo ist Anton? Da. Ah, okay. Ja, das ist Claire. Oh mein Gott. Äh, äh, Bernhard und Bianca, oder? Der alte Kinderfilm. Der war großartig. Auch nicht da. Entweder ist er mal wieder nicht in der Stadt, oder er zieht irgendwo einen Graben. Dieser Junge könnte sein Vorderteil nicht von seinem Hinterteil unterscheiden, aber würde uns nicht im Stich lassen. Nicht uns. Oh, oh, 10 Uhr, Chef. Was für eine Überraschung. Unser mächtiger Unternehmer. Gibt es ein Problem, Boss? Nein. Zumindest noch nicht. Wie war die Reise, Hank? Glaube nicht, dass ich dir meinen Namen verraten habe. Das musstest du nicht. Ich kannte ihn, bevor deine Mutter ihn kannte. Ich glaube nicht, dass du ihn kanntest, Sir. Mama hat mir keinen Namen gegeben. Die Luft ist da oben wirklich dünner, oder? Auf jeden Fall. Ich habe deinen Namen nicht verstanden, weil ich ihn einfach, weil ich ihn nicht einfach so durch den Raum werfe. Da besteht ein Geheimhaltungsprinzip. Geheimhaltungsprinzip. Also ich könnte es dann ja vielleicht auch geheim halten. Mit dieser Einstellung wirst du es nicht weit bringen, Junge. Wie auch immer. Mein Name ist Anton. Ich leite diesen Ort. Welchen Ort? Ha! Welchen Ort? Diesen Ort. Alles, was der Gestank berührt. König der Löwen. Hör zu. Du hast dir diese ganzen Fragen noch nicht verdient. Mein Mitarbeiter oben im Norden sagt, du hättest etwas Gutes vor. Leute zurück ins Tal zu bringen. Das sind gute Neuigkeiten für jeden, aber wir haben ein Problem. Einer aus meiner Crew ist vor drei Nächten verschwunden. Claire wird dir alles erzählen. Wir haben Wade gegen 21 Uhr in der Nähe der Schwarzmoosgrenze verloren. Wir waren unterwegs auf einer unserer Blünderungen. Ich hatte gerade um ein besonders schweres Stück Schrott gefeilscht. Zehn Sekunden später drehe ich mich um und von Wade ist keine Spur mehr. Nur das leise Zischeln des Sumpfes. Hast du irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Nein, aber du wirst es herausfinden. Mache dir ein Angebot. Du brauchst mich und meine Deponie, um deine kleine Unternehmung zum Laufen zu bringen. Andernfalls rennst du auf der Suche nach Schrott herum und stirbst an Altersschwäche, bevor der erste Kunde auch nur einen Fuß in deinen Laden setzen kann. Wenn du uns aber Wade zurückbringst, kannst du jedes Stück Schrott, was du hier findest, behalten. Wir vermuten, dass er sich irgendwo in Schwarzmoos aufhält. Dort würde ich zuerst suchen. Wenn ich du wäre, würde ich nicht so herumsitzen. Okay. Deal. Dann einmal nochmal zurück nach Schwarzmoos. Das ist so ein bisschen schneller. Ich würde gerne rennen können. Ich drücke die ganze Zeit Shift, es passiert nichts. Und Shift ist bekannt, das ist die allgemeine Renntaste. Wie sich so manche Tasten einfach etabliert haben, finde ich auch witzig. Okay. Eine Couch. Da muss ich eigentlich unendlich platzen, mein Inventar. Das sieht erstmal nach viel aus, zumindest. Gehen wir nochmal zur Alligator-Hexe. Ah, hallo? Oh nein, nicht das schon wieder. Ich schwöre auf meinen Schwanz. Was ist diesmal passiert? Hast du in ein Abflussrohr gefasst? Schlechte Pilze? Hast du ein Geräusch in den Bäumen gehört? Oh nein, ich habe nur noch... Denn ich sage dir das nur ungern. Alle Bäume machen Geräusche. Das ist so ziemlich alles, was sie können. Und sie tun es ganz sicher nicht für dich. Hey, sie produzieren auch Sauerstoff. Die Störung tut mir leid, ma'am. Ich suche nach einem Freund. Deinem Freund? Hier? Die Happy Hour ist wohl auch nicht mehr das, was sie mal war. Was? Er ist ziemlich klein und ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Klein? Und wie klein sprechen wir? Weil kleine Dinge hier in der Gegend nicht viel Zeit haben. Abgesehen von Schalentieren. Ach du je. Nein, er ist eine Ratte. Sein Name ist Wade. Oh, verflixt. Jemand kommt wirklich nach diesem Ding suchen? Du solltest mir Miete zahlen. Ja, ich weiß, wo dein Wade ist. Leider. Komm rein. Äh, rein rein? Ach, Spie ist bloß nicht den Helden. Du bist eh viel zu groß für meinen Kessel. Alles das macht doch Mut. Na bitte. Und dann, genau in dem Moment, bevor der Reifen es getroffen hätte, zieht der Boss einen Stock hoch und schlägt das Teil aus dem Weg. Oh, Juge. Und was ist dann passiert? Oh, ist eine Kaulquappe, oder? Wir haben uns das Teil geschnappt und sind abgezischt. Wow. Und wie war das? Das Ding? Oh, du meinst das schnucklige kleine Artefakt, das meine Wenigkeiten weniger als eine Stunde rausgeschmuggelt hat? Nur der mit Abstand rostigste Katalysator, den du je gesehen hast. Wow. Gestunken hat er auch. Ziemlich tolle. Wir glauben, dass eine Kakerlake darin gewohnt hat, bevor wir ihn gefunden haben. Wow. Quick. Was habe ich über den Umgang mit dem Kriminellen gesagt? Krimineller? Wo? Jawohl, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Außerdem haben wir einen Gast. Einen sehr außergewöhnlichen noch dazu. Wade? Bist du Wade? Hallo? Ich meine, nein, bin ich nicht. Oh doch, das ist er, ein fauliger, nerviger Quälgeist, der seinen Schwanz nicht aus anderer Leute Angelegenheiten lassen kann. Ich war schon dabei, ihn zum Einlegen vorzubereiten, wenn du es wirklich wissen willst. Deine winzigen Knochen würden sich ja ganz wunderbar als Federhalter machen. Warst du gar nicht. Du hast gerade noch gesagt, dass du keine Ahnung hast, wie du ihn loswerden sollst. Ruhig, Kind. Wer will das wissen? Ich bin auf der Mission, dich wieder zurück zur Deponie zu bringen. Dein Boss ist krank vor Sorge. Du hast mit Mr. A gesprochen? Nun, eher etwas beschäftigt. Ich kann nicht glauben, dass er jemanden zu mir geschickt hat. Ja, er hat mir aufgetragen, dich zurückzuholen, dann darf ich die Deponie verwenden. Damit ich mehr Menschen ins Tal bringen kann. Er lässt Außenseiter nie die Deponie benutzen. Du musst wirklich was Besonderes sein, Mister. Nun werden wir mal nicht voreilig, Mister Besonders. So schnell wird diese Ratte hier nicht wegkommen. Aber sie hat doch gerade gesagt, du willst ihn loswerden. Natürlich will ich das, aber jetzt willst du ihn mitnehmen. Also bietet sich mir eine wertvolle Gelegenheit. Wir sind die Kohle-Lilien für meinen Gurkensaft ausgegangen. Man kann sie nur im Schwarzmus finden. Nirgendwo sonst. Oder vielleicht hat das Spatzenhirn an der A24 welchen im Angebot. Er bringt sie sowieso her. Gipswitch aus Verkauf. Bring mir ein paar von ihnen und ich sehe mal, wie dein neu gefundener Freund aus seinem Gefängnis freikommt. Haben mir schon ein paar gesammelt. Hast du, worum ich dich gebeten habe? Ein Dutzend Lilien, wie du gesagt hast. Eine, ähm, zwei. Äh, ja, sieht richtig aus. Gut, das war hoffentlich eine Zeit wert. Denn beim nächsten Mal nimmst du ihn in einem Ein... Was denn? Das nächste Mal nimmst du ihn in einem Einmachglas mit. Und bezahlst das Doppelte. Danke, dass du uns geholfen hast, Mister. Miss Charlotte kann sich nicht mehr so nach den Lilien bücken wie früher. Oh, ich kenne. Charlotte, die Halbschwanz-Alligatoren-Dame, machte auf Hank den Eindruck, dass sie anderen gut Angst einjagen könnte. Allerdings gelang ihr das nicht immer. Quiggy, ihre Kaulköppen-Kumpel, ist wohl der beste Beweis dafür. Süß. Durch seine bloße, winzige Existenz wusste Hank, dass er nicht befürchten musste, dass Charlotte ihn wirklich in ihren großen, brodelnden Kesseln werfen würde. Zumindest hoffte er das. In Ordnung, Winzling. Ja, Ma'am. Verschwinde. Jawohl, Ma'am. Danke. Dann gehen wir auch mal zurück zu Anton. Unterwegs. Und du wirst nicht einen Fuß aus dieser stinkenden Müllhalde herausbekommen. Du wirst nicht einen Fuß aus dieser Müllhalde herausbekommen. Jawohl, Ma'am. Für einen Monat. Jawohl, Ma'am. Oh je, der Arme hat Hausarrest. Die erste Regel der Abfall-Ork hier ist, dass die guten Sachen immer oben liegen. Was? Ach, Abfall-Ork hier. Abfall-Logie. Entschuldigung, das ist aber auch ein Wort, das man nicht häufig liest. Außerdem, glaube ich, müsste es da mit 3L geschrieben werden. Die erste Regel der Abfall-Logie ist, dass die guten Sachen immer oben liegen. Also grab schön tief. Claire ist ganz offensichtlich die rechte Hand dieser Unternehmung. Ihre Fähigkeit dafür, die besten Sachen zu finden, wird nur noch von ihrer Loyalität gegenüber der alten Ratte übertroffen. Anton, der Boss scheint ein echt harter Knochen zu sein. Aber das muss man in diesem Geschäft wohl auch sein. Wade würde in diesem Geschäft wohl eher die linke Hand sein, geringer nutzen und muss ständig beaufsichtigt werden. Die armen Linkshänder. Zumindest laut Anton. Was für ein merkwürdiger Haufen. Ich sage immer, dass ich genug von ihm habe. Aber dann denke ich an die Vorteile, die es bringt, ein paar Extrapfoten zu haben. Zum Beispiel, um sie auf eine wilde Fuchsjagd zu schicken. Ganz genau. Gern geschehen. Wählt ihr nicht zu viel darauf ein. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Doch ich schätze, dieser Handel hat doch eine andere Seite. Und wir halten immer unser Wort. Oha, ist hier viel Müll. Du nichtsnutzige, untreue, kleine Ratte. Das Tor ist offen. Was willst du? Nichts. Ich wollte gerade... Weißt du was? In kriminellen Organisationen mit strenger Hierarchie gibt es einfach keinen Respekt mehr. Du wassen Stiefel lecker. Gut, wenn die Leidenschaft für Stiefel fehlt. Oder fürs Lecken. Vielleicht ist der Geschmack nicht so toll. Vielleicht ist der Geschmack nicht so toll. Soll ich dir aus dir Stiefel machen und sehen, wie du schmeckst? Wie ein Bär. Du solltest wirklich aufhören, meine Geduld auf die Probe zu stellen und zur Deponie gehen. Vielleicht findest du dort die Tasten, die dir offensichtlich fehlen. Woher weißt du, dass mir Tasten fehlen? Claire, gib diesem Spatzen hier in die Information zum Abfallzerkleinerer. Mit etwas Glück fällt er ja selbst hinein. Das ist aber sehr schnell. Sehr frech geworden. Was willst du, Spatzenhirn? Anton hat Tassen erwähnt. Wer hat dir erlaubt, den Vornamen vom Boss zu benutzen? Nenn ihn Boss. Oh, Verzeihung. Boss hat Tassen erwähnt. Das hat er, ja. Hör mal, du musst bei der Deponie vorsichtig sein. Das ist kein Spielplatz. Besonders beim Abfallzerkleinerer. Der zerkleinert den Schrank samt Tassen. Wie soll ich dann Tee trinken? Hör zu. Du kannst Möbel, die du selbst gebaut hast, in den Zerkleinerer werfen. Sie werden dabei zerstört, aber du kriegst einige Materialien zurück. Die Hälfte mehr oder weniger. Ich nehme mehr. Pass aber auf deine Hände auf. Sonst verlierst du sie. Und wir können abgerissene Gliedmaßen nicht mehr einfach herumliegen lassen. Sonst wird der Boss wütend. Meine Hände? Mit dir rede ich nicht mehr. Du bist in der Lage, Möbel zu recyceln und so Materialien zu erhalten. Der Abfallzerkleinerer an der A24 kann hergestellte Möbel gratis verwerten. Beim Recyceln kriegst du in etwa die Hälfte der Herstellungsmaterialien aufgerundet zurück. Verziere das hergestellte Möbelstück im Recyceln-Symbol, um mit dem Verwerten zu beginnen. Sobald der Vorgang vorbei ist, erscheinen die entsprechenden Materialien im Ausgangsbereich. Nur hergestellte Möbelstücke können verwertet werden. Keine Dekoration oder andere Gegenstände. Alles klar. Ich würde sagen, wir sammeln hier gerade noch ein bisschen Müll. Guck mal, was es hier sonst noch gibt. Hier sind noch so einige Symbole. Ah, sieht mir einer an. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserer... Äh... ...zu unserer Hütte. Und die nehme ich an, die regenerieren sich jetzt immer wieder, die Sachen. Weil immer neuer Müll dazukommt. Okay, ich glaube, wir haben sogar fast alles. Ne, hier oben der Fernseher noch. Ah, hier ist der Abfahrtverwärter. Müll, Müll. Welches soll dieses Diner reparieren? Ne, wir gehen mal wieder hoch. Gucken wir uns ein andermal an. Oh, Steine. Steine. Oh, da kommen die neuen Gäste. Ja, sie sind happy. Perfekt. Äh, vielleicht doch nicht so happy. Aha, das Motel. Now open. Da kann ich jetzt also auch... Also das kann ich reparieren. Und dann kann ich da auch noch Zimmer hinstellen. Das müsste ja eigentlich passen. Geht in zwei Tagen. Okay. Ja, wir können überlegen, ob wir nochmal ein Zimmer bauen. Raumplanung, Komfort. Habe ich genug Geld? Ja. Wir haben nochmal so zwei kleine Zimmer. Ne, ich will keine kleinen Zimmer. Das ist Quatsch. Möchte ich einfach nicht. Können hier unten nochmal ein Zimmer hinmachen. Ausfall ist nicht mit vorheriger. Achso, ich muss... Ah ja, okay. Verstanden. Hier hinzufügen. Fenster hinzufügen. Kann man hier in die Ecke vielleicht noch ein bisschen Deko reinstellen? Ich weiß, es ist ansonsten ungenutzter Platz. Aber das passt schon. Gehen wir mal ein Bett her. Herstellen. Perfekt. Inventar. Warum kannst du das jetzt nicht reinstellen? Das Bauplanbereich des Hauses. Ah, jetzt geht's. Interessant, dass ich das nicht in die Ecke stellen kann. Ah. Jetzt geht's. Super weird. Sonst haben wir hier gerade nix. Müssen wir nochmal einkaufen gehen. Aber die haben wir repariert, oder? Ja. Verzeihung. Oh, hier ist ein neuer Auftrag. Nimm was im Hals. Herzlichen Glückwunsch. Scheinbar geht es wunderbar voran mit deinem ersten Grundstück. Und jetzt, da du die äquivalenten Tipps eines Tür-zu-Tür-Türen-Verkäufers verdienst, wird dir eine Gelegenheit geboten. Um die angesehene Ahnentafel von Porn Voyage zu erhalten, musst du das Grundstück in diesem Gebiet auf unsere Standards bringen. Rieße einen Aufenthalt für einen Gast in der Bruchbude ab. Das haben wir doch schon, dachte ich. Na gut. Ähm, hier oben. Ähm, ich brauche ein Mal die Kommode. Gibt es mittlerweile auch schönere Sachen. Handbemalte Schubladen. Sieht aber cool aus. Äh, der Teppich. Wo ist meine Lampe? Einfacher Flurspiegel. Dann nehmen wir mal die... Probieren wir mal die Tischlampe irgendwo aufzustellen. Ähm, wo ist denn... Wo ist denn die Lampe? War die nicht hier? Hier ist eine. Wo ist die andere? Bin ich blind? Egal. Wir haben jetzt die andere Bücherregal. Komm, wir nehmen die auch mal mit. Ah, die Fußmatte, die hatten wir immer noch. Gäste sollen sich auch willkommen fühlen. Sie haben Angst vor mir, glaube ich, einfach. Schade. Ah, die kann ich hier draufstellen. Das ist natürlich sehr cool. Ah, das ist schick, dass ich da dann Lampen draufstellen kann. Finde ich sogar hier noch schöner. Ah, das ist gut. Okay. Wollen wir da mal vielleicht einen Gast aufnehmen. Gästeanfragen 8. Sehr bescheiden. Bellatrix Kiddo. So, das Kill Bill. Beatrix Kiddo. Ellie Abbott. Paul Hartwig. Paul Hartwig. Die haben beide dieselben Namen. Lame. Finn Emmett. All in type. Wir haben, glaube ich, halt immer nur 5. Bluffzimmer 3. Ich sehe halt leider nicht, wie meine Zimmer, was die für eine für eine Wertung haben. Ich glaube, die haben 5 irgendwas immer. Also weniger als nehmen wir hier Finn Emmett. Aha. 5 und 10. Wie kriegen wir mehr Komfort rein? Wahrscheinlich durch bessere Betten. Wäre immer meine Vermutung. Die sind auf und halt für einen Gast in der Bruchgude ab. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir einfach ein bisschen warten. Können nochmal vielleicht die Tage ein bisschen Ressourcen suchen und nochmal ein bisschen die anderen Gegenden erkunden. Aber witzige Charaktere. Ich mag das Spiel immer noch sehr gerne. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Wäre auch mega cool. Und ansonsten habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und Ciao. Ciao.